Wie kabarknett? War Omar besser als Isa a.s.w.? War Omar besser als Isa a.s.w.? War wer besser? Omar besser als Isa a.s.w.? Ihr solltet eine Regel lernen, liebe Geschwister. Der Beste aller Menschen ist wer? Bitte? Rasulullah s.a.w. Und die Überlieferungen sind viele. Zum Beispiel Ana Sayyid ul Bashar. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Ich bin der Führer der Menschen. In einer Überlieferung bei Imam Ahmad. Kuntu Imamun Nabiyyin. Ich bin der Imam der Propheten. Wer hat vorgebetet in Al-Aqsa mit den ganzen Propheten? Muhammad s.a.w. Und viele Überlieferungen. Er ist der Beste. Dann kommt die Reihenfolge. Nach ihm alle anderen Propheten. Natürlich, es gibt fünf Gesandte. Gesandte, die sind die Beste. Dann kommen alle Propheten. Und nach den Propheten kommt wer? Die Propheten. Die? Sahaba radiallahu anhu. Klar, die Reihe? Okay, wenn wir sagen, Abu Bakr ist der Beste nach den Propheten, s.a.w., dann reden wir über diese Ummah. Mafum. Aber natürlich nach den Propheten, s.a.w., die anderen Gesandten und Propheten. Wallahu ta'ala, ala wa'an. Und dort sitzen da. Gut, vulnerability. Gut. 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 Gut.